Ihr wisst, welche Zeit jetzt ist. Es ist viel zu spät eigentlich für dieses Video, aber es ist auch Time to Nerd. Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin's wie immer, euer Zane. Und heute habe ich die Spoiler zu One Piece Kapitel 1027 vor euch, auch wenn das Spoiler-Video echt extrem spät rauskommt. Aber ich bitte es zu verzeihen, ich hatte heute Morgen bzw. eigentlich genauer genommen gestern Morgen meine allererste Biontech Corona-Impfung. Und die Dame hat einfach mal eiskalt Whitebeard in die Augen gestochen. Was für ein Frevel. Und als ich danach gearbeitet habe und heimgekommen bin, mich hat es irgendwie komplett verspult. Ich habe mich dann hingelegt und habe so gedacht, okay komm, rusch dich jetzt einfach mal schnell 15 Minuten oder so aus. Ja, das funktioniert ja immer super, diese Idee. Kurz mal ausruhen. Vier Stunden später bzw. viereinhalb Stunden später bin ich dann aufgewacht. Jetzt ist halb 3 Uhr morgens und ich denke mir einfach nur, das Video hätte eigentlich so viel früher kommen sollen. Naja gut, egal, passiert ist passiert, kann man nicht erinnern. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr verzeiht mir das. Trotzdem heute für euch die Spoiler zu One Piece Kapitel 1027 mit dem wunderbaren Titel Unvorstellbare Gefahr. Ruffy bitt Yamato Momonosuke zu helfen. Sie versteht, dass Ruffy alleine gegen Kaido kämpfen will. Und das passt so ein bisschen zu der Prediction von Yudoron mit dem Händchen halten. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, warum kämpfen letzten Endes Ruffy gegen Kaido? Hat Oda nicht irgendwann mal gesagt, 1 gegen 1 will er diesen Kampf nicht enden lassen? Bin mal gespannt, was Oda da noch in den Hut hat oder ob er einfach seine eigene Idee irgendwie doch wieder verworfen hat. Zudem erklärt Yamato, dass Drachen nicht fliegen können, sondern sich an den Flammenwolken entlanghangeln, welche sie selber erzeugen. Felsen stürzen von Onigashima herab und Yamato glaubt, dass Kaidos Kräfte schwinden und seine Flammenwolken instabil werden. Uuuuuh. Also spürt mittlerweile Kaido doch ein bisschen die Effekte von den ganzen Kämpfen. Momonosuke muss eigene Flammenwolken erschaffen, damit Onigashima nicht auf die Hauptstadt der Blumen stürzt. Hoffen wir mal, dass die Wolken von dem Kleinen stark genug sind dafür. Weiter geht es mit Zorro gegen King. King kann wohl nur seinen Arm in einen Flugsaurier verwandeln und diesen Satz begreife ich nicht so ganz. Ich meine, wir haben doch schon gesehen, dass er sich komplett verwandelt hat in einen Flugsaurier. Wahrscheinlich soll es eher heißen, King kann auch nur seinen Arm in einen Flugsaurier verwandeln. Also dass er halt wirklich einfach nur so ein Teil für... Hey, das wäre ja das echt das erste Mal. Hatten wir schon mal eine Sohrenfrucht, wo es jemand geschafft hat, nur einen Teil seines Körpers in ein Sohren, also in ein Tier zu verwandeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Ganze hinter diesem Satz. Dass King der Einzige ist, der in der Lage ist, auch nur einen einzigen Körperteil in seine Sohrenform zu verwandeln. Das ist natürlich interessant. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten. Auf jeden Fall greift King eben mit diesem einen Flügel an, aber sowohl Feinde als auch eben Verbündete. King bringt dann Zorro aus dem Schloss, wo dieser fast von der Insel gestürzt wäre. Zorro sagt daraufhin, Lass mich zumindest durch ein Schwert sterben, oder ich werde dir nicht vergeben. Und King sagt dann, Der kann ich auch nicht vergeben. Und ähm... Oh, Alter. Den wichtigsten Satz habe ich natürlich vergessen. T in der Hauptsatz in den Spoilern. Zorro gelingt es Kings Maske zu beschädigen mit einer Attacke namens Ultra Tiger Hunt. Und wir können ein Teil von Kings Gesicht sehen. Und hierzu hat eben der koreanische Leaker wieder mal eine kleine Zeichnung gemacht. Die zeige ich euch jetzt mal hier oben. Und um ehrlich zu sein, die kenne ich da eigentlich nicht viel. Also ich komme es mir auch gerade nochmal hier an im Pirate-Bot. Und ich sehe halt Kings Maske. Ja, das passt. Ist okay. Aber es ist halt die Frage. Diese komischen Flammenlinien hier an der Backe von King gehörte schon zu seinem Gesicht. Das ist ja kein Teil seiner Maske, oder? Das heißt, möglicherweise hat Kings Rasse halt überall so Flammenmale im Gesicht oder vielleicht auch im ganzen Körper. Das könnte natürlich bedeuten, dass das der Grund wäre, warum King sich so komplett verhüllt vielleicht. Vielleicht ist es ja so ähnlich wie bei Zuko in Avatar, dass er halt lauter so Brandnarben an sich hat im ganzen Körper und sich halt deswegen in sein komisches Latexkontom steckt. Ansonsten sehe ich hier oben noch ganz normale Frisur, wie ganz normale Haare. Das ist natürlich interessant. Ich bin mal gespannt, wie das im Kapitel rauskommt, aber ich glaube wirklich, dass es sich hierbei vielleicht möglicherweise um Brandmale handelt. Dass sozusagen Kings Rasse irgendwas mit dem Thema Feuer hat, weil deswegen können sie auch Feuer werfen und Feuer erzeugen. Und dass halt im Grunde alle von Kings Rasse bei Geburt sozusagen verbrannt werden. Also wahrscheinlich vielleicht schon von Natur aus oder so eine zu hohe Körpertemperatur oder wie auch immer haben und halt deswegen eben diese Brandmale haben. Oder es ist halt irgend so ein komisches, weirdes Ritual bei denen. Vielleicht stehen die ja alle irgendwie auf dieses Thema mit der Folter. Und bei der Geburt werden die halt erstmal abgefackelt und dadurch entstehen halt solche Brandnarben und sozusagen ihre Verbindung mit dem Element Feuer. Naja, können wir jetzt momentan nur spekulieren. Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu. Einfach unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich bitte jetzt nochmal wirklich um Entschuldigung, dass dieses Video erst so spät kommt. Oh Mann, ich glaube, ich werde mich danach... Ach nee, Mist, ich kann mich gar nicht hinlegen. Ich muss jetzt noch Kapitel 2 vom Ace Novel fertig machen und ich muss eine neue Imsheimer Theorie fertig machen. Es wird noch eine lange, lange Nacht. Naja gut, egal. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Time to Nerd! Liken und Abo nicht vergessen, wir sind bei 955 Abonnenten. Wir sind nach wie vor auf der Road to 1000. Ciao! Liken und Abo nicht vergessen, wir sind bei 955 Abonnenten.